Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Liebender und geliebter Vater, dein Frieden ist jetzt. Die Befreiung meines alten Selbst ist immer in jedem Moment gegeben. So will ich von mir selbst zurücktreten und mich von Gottes Liebe umströmen und durchspülen lassen. Friede und Ruhe ist jetzt in meinem Geist. Der Heilige Geist ist immer da. Und nimmt mir jeden Zweifel. Vater, du willst nur, dass wir alle zu unserem wahren Selbst kommen. Unsere Heiligkeit und Herrlichkeit in uns im Lichte wahrnehmen. Du willst den Himmel für uns, um tiefsten Frieden zu erfahren. Dein Frieden ist jetzt mit uns. Vater, wir danken dir so sehr dafür. Unser Teil ist so wesentlich für deinen Heilsplan. Für die eine Erlösung, für das Wiedererkennen des auferstandenen Christus in jedem von uns. Amen.